Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Clash of Clans Wir wurden im Übernacht angegriffen, das können wir uns auch gleich angucken Ich will nur ganz kurz davor die Bomben reaktivieren bzw. die Ressourcen einsammeln Ja, die Folge ist heute auch etwas ungeplant Hier haben wir auch ein paar Verteidigungen, die wir uns vielleicht angucken können nachher Jetzt will ich mir aber erstmal unsere eigene angucken Ach, hier haben wir auf... äh... eigentlich nicht Die Loons haben einfach mal die Riesen weggehauen, das ist eigentlich echt... cool Ich weiß gar nicht, wie viel er geholt hat Also ich weiß, es waren zwölf Trophäen Aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Sterne Aber es könnte schon sein, dass er uns sogar plättet Er hat auch relativ viel Ressourcen... Geklaut? Ja, ja, der plättet uns Schade, schade Dass obwohl die Riesen so gut vernichtet wurden Zu Beginn von unseren Loons Aber gut, der ist auch eine Rathausstufe höher Das heißt, er hat vermutlich sogar schon drei Armeelager Können wir mal kurz gucken Hm, genau, der hat schon drei Armeelager auf Level 5 Ah ne, der ist noch auf Level 4 Und hat 130 Kapazität, das ist natürlich einiges mehr, als wir hier haben Hier und genau, die können wir nicht mehr machen So Ähm, was liegt an? Ich will gleich nochmal farmen gehen Jetzt habe ich natürlich leider keine Loons mehr Das passiert Wir haben auch schon zwei Kasernen jetzt auf Level 6 Die letzte starte ich jetzt gleich mal Und fangen hier dann schon nochmal an Neue Truppen auszubilden Und dann würde ich sagen Suchen wir uns einfach mal Einen schönen Nein, sorry, falsche Schaltfläche Hier einen schönen Farmengegner Möglichst Ende ein bisschen Gold hat, weil ich ja noch die Mauern fertig machen will 30 Okay, das wollte ich eigentlich gar nicht Egal Nehmen wir hier mal schnell die Minen mit Bin mir zwar unsicher, ob das alles in den Minen ist Aber das werden wir gleich Das ist alles in den Minen Das ist sehr schön Das sind schon wieder drei Maulen Jetzt möchte ich nur noch irgendwie die Äh 50% oder vielleicht einfach das Rathaus holen Gucken, ob das jetzt mit Elixier brauchen wir eigentlich erstmal nicht Ein paar Bahnen dazu Irgendwann das Rathaus sollten wir bekommen Die Bahnen leben noch, die können noch ein bisschen tanken Ja Rathaus down Mal gucken, was die Bogenschützen jetzt noch so anrichten Dann in den Ecken können wir leider keine Prozente mehr holen Aber was soll's, wir haben das Rathaus Wir haben Irgendwann Wir haben viel Gold geholt 30.000 Kann sich sehen lassen Den Bonus kriegen wir auch Das ist jetzt nicht ganz so viel Aber Und wir haben Minions bekommen Stark werden wir gleich mal gucken Was wir mit denen denn dann anstellen Erstmal ein paar Mauern So, eine Mauer geht noch Und ein Ballon ist auch noch mit dabei Sehr schön, sehr schön, sehr schön Jetzt gucken wir gleich mal, was wir mit denen machen können Selber spende ich natürlich auch noch mal ein bisschen was So Das arme Schwein Gucken wir uns mal die Wiederholung ganz kurz an Okay, die wurde hier, ähm, komplett mit Drachen angegriffen Ich spute's einfach mal ein bisschen vor Weil mit Drachen, das ist immer ein bisschen langwierig Aber die Luftbomben waren da schön platziert, muss ich sagen Ja, gut Weil wo wir gut sauber drauf, dann fliegen die natürlich schon mal ein bisschen In die Mitte Ja, auch wieder Was ist jetzt umgefallen? Weiß ich gerade gar nicht, irgendwas ist jetzt Wollen wir mal, man hat sich zu laut in der Aufnahme gehört Ja, ich spiele jetzt noch ein Stückchen Mal davor Ja, ich schätze mal, dem wird schlichtweg die Zeit ausgehen Sie hat ja auch geschrieben, das arme Schwein Ich schätze mal, ja Hier jetzt Er kommt nicht mehr zur letzten Bauhütte hier unten Und Und So Glück im Unglück Also für die Unsere Mitglied natürlich So, ich möchte mir mal das nächste Kobold Lager angucken Ich glaube, das war die letzte Folge Ach, herrje Ach, herrje Ach, herrje Okay Ich dachte mir, den kann man vielleicht Nur mit unseren Loons und Minions Aber Beziehungsweise dem einen Loon und den Minions In der Clanburg Aber das wird wohl eher nichts Dann gucken wir mal hier hoch Den haben wir nämlich so ein bisschen ausgelassen Hm Den haben wir gar nicht mit Drei Sterne geholt Gucken wir einfach mal den an Das ist doch ein super Kandidat für unsere Truppen Die wir gerade hier haben Ich hätte den zuerst mit Bogenschützen töten sollen Das war ein bisschen Unüberlegt Ich mach's jetzt Mal so Bestärkt das Ganze hier mal noch mit Boban Sind überall die Fallen? Ne, hier sind gar keine Fallen Okay Aber das sollten Also es werden sichere drei Sterne Kann sich nur eventuell dann ein bisschen ziehen Aber die Minions machen ja Werden ja nicht mehr Äh Anvisiert Ist ja keine Luftverteidigung Oder Bogenschützturm Oder ähnliches mehr da Das sollte also Ich mach jetzt mal schnell die letzte Kanone Und dann haben wir auch hier Drei Sterne Dann Stamm gespawnt Ich weiß gar nicht Hab ich Ne, die 50 Hab ich nämlich noch nicht auf der Kampagnenkarte hier Hab die Kobolde Weil ich natürlich Niedelsteine weiterhin sammeln will Für die vierte Bauhütte dann Ne, kostet 1000 Niedelsteine Das ist zwar noch ein bisschen hin Aber Kleinvieh macht auch Mist Insofern Und sich das einfach alles ein wenig zusammensparen So Mal gucken Was können wir noch machen Unser Angriffs-Lock Die Wiederholung kann ich mir nicht angucken Das ist natürlich schade Ich kann noch eine Mauer machen Die machen wir mal noch Ja In der Kürze liegt die Würze Würde ich mal sagen Ich starte jetzt mal Ach ne, die möchte ich ja noch nicht starten Solange der Boost noch aktiv ist Also die hier könnte ich mal Hab ich kein Gold mehr dafür Okay Ähm Der geht noch genau Ein Tag 12, 9 Stunden Wie natürlich die Boosts hier gehen Na gut Das soll's dann Soweit Eigentlich Schon wieder gewesen sein Weißt du was Deswegen Machen wir einfach nochmal Kurzen Farmangriff Wenn wir vielleicht auch noch Die eine oder andere Mauer bauen Können wir hier vielleicht Mauerbrecher mitnehmen sollen Das wäre vielleicht eine Idee gewesen Das vergesse ich irgendwie immer so ein bisschen Dass ich Mauerbrecher mitnehme hier Und bei seinem Rathaus 8 Äh account Hab ich eigentlich auch immer 5 Mauerbrecher dabei Und dann Den Rest Baban und Bogenschützen Er hätte sogar Aber in der Klanburg Die Gegnersuche Erstmal so ein bisschen Gold ab Nämlich natürlich auch gucken Irgendwie die 50% zu ergattern Hier wäre jetzt zum Beispiel Mauerbrecher Schön dass die hier nicht An der Bauen an der Mauern Nicht einfach schon drauf gehen Was hier gerade so ein bisschen passiert Eigentlich hätte ich die Hoffnung Dass ich hier dann So ein bisschen Durchkommt Zum Minenwerfer Natürlich So ein bisschen Die 50% Auch haben möchte Aber ich würde Das wird nichts Ich habe hier oben Jetzt zwar noch ein paar Bogenschützen Die hier noch ein bisschen Draufschießen Vielleicht ein paar Prozente zu holen Ich hoffe mal dass die Auch die hier rechts oben Dann sind Weit genug von der Kanone Oder dem Bogenschütz Zum Wächsten Sehr schön Der linke ist es auf alle Fälle immer Dass ich vielleicht noch Irgendwo die 10% Holen kann Ja gut Ich renne jetzt ein bisschen Blöd rein hier Ich muss tatsächlich Der eine Verbleibende Unten im Eck machen Es ist wirklich knapp Also ich Jetzt vielleicht sogar Dass mir eher die Zeit ausgeht Wobei ich denke mal Zum nächsten Zunächst Zum nächsten Elixiersammler Oder dann In die Reichweite der Kanone Gelangen Befürchtet ich fast Und mit dem einen Elixiersammler Macht er noch nicht Die 50% voll Bin ich mir eigentlich fast sicher Ja Da kommt dann die Reihe Die Reichweite vorbei Ist es Schade Schade Aber wir können nochmal Zwei Mauern machen Zumindest diese Reihe Hier schön abgeschlossen Ja Das war es soweit Von dieser Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Ähm Viel ist ja jetzt nicht Wirklich passiert Aber ja Das ist einfach Der Clash of Clans Alter Warm gehen Und zwar Wir können sogar noch Eine Mauer machen Cool So Wie gesagt Das war es soweit Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja Lasst ein Abo Oder Like Da würde ich mich natürlich Sehr darüber freuen Äh Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme In der ich noch mehr Gold fahren gehe Und Ja Bis dahin Haltet die Ohren steif